Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin und Ethereum Update Video. Ja, wir konsolidieren ziemlich. Wir sind momentan bei ungefähr 27.700 US-Dollar und wir sehen wenig Veränderung im Chart momentan. Wie gesagt, wir konsolidieren ein bisschen, bilden hier so eine Art Rising Red Chart Pattern, was das möglicherweise für uns bedeuten könnte. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen. Doch bevor wir starten, Freunde, lasst dem Video gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Auch dort kriegt ihr alle genannten Infos. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Damit würde ich sagen, direkt durchstarten. Wie gesagt, 27.700 US-Dollar. Ich habe hier so eine Art Rising Redge mal eingezeichnet. Gefällt mir aber, sage ich mal, von Stunde zu Stunde weniger nach jetzigem Stand. Denn einerseits habe ich angefangen, das hier auf dem 4-Stunden-Chart mal anzuziehen, also zu ziehen, das Pattern. Sorry, klingt ein bisschen komisch. Egal. Würde ganz gut passen, wegen diesen Highs und auch wegen unserem Uptrend, der momentan noch vorliegt. Das heißt, wir haben momentan immer noch einen Uptrend vorliegen. Wir sind jetzt aber hier im 4-Stunden-Timeframe schon seitlich ausgebrochen. Das ist jetzt wirklich nicht das Wunschszenario bei so einem Rising Redge. Deswegen überlege ich auch, das wieder ein bisschen hier rauszunehmen. Grundsätzlich stimmt es aber, dass man dann dadurch hier jetzt ein bisschen bearishere Stimmung reinkriegt. Und was mich da auch noch ein bisschen überzeugter ist auch, dass wir in diesem Rising Redge auch nochmal eine Art Symmetrical Triangle haben, aus dem wir jetzt momentan nach jetzigem Stand gerade nach unten hin ausbrechen. Aber nicht mit wirklich viel Volumen. Jetzt ist aber auch wieder in diesem Pattern, also wir haben ein Pattern in einem Pattern. Und in diesem Pattern gibt es noch eine andere Anekdote, auf die ich auch nochmal ein bisschen näher darauf eingehen möchte. Und das ist hier das FIP-Level. Von unserem, sag ich mal, Hoch bei ungefähr 28.470 US-Dollar bis zu unserem Low bei 27.460 US-Dollar sind wir hier heute Nacht ins Golden Pocket gekommen. Und das war eben der Punkt, den ich gestern im Video für alle, die es gestern geschaut haben, angesprochen habe, wo es darauf ankam. Wir haben ein höheres Hoch gebildet. Das war hier dieser Price-Action-Bereich. So, wir haben aber dieses Hoch nicht drüber geschlossen. Das heißt, wir haben ein klar ein höheres Hoch nach WIG, aber kein insgesamt höheres Hoch. Dafür hätten wir auch einen Schlusskurs drüber haben müssen. Und das haben wir hier nicht geschafft. Wir haben ein tieferes Hoch gebildet. Zwar mit WIG drüber, aber mit Schlusskurs eben drunter. Und das ist kein bullisches Zeichen. Und normalerweise werden wir dann immer ein bisschen abverkauft. Das haben wir hier eben gesehen. Deswegen auch das Rising Wedge. Deswegen auch das Symmetrical Triangle. Und sind dann nochmal hochgekommen, gestern Abend zwischen 22 und 23 Uhr ins Golden Pocket. Und normalerweise ist das eben der Punkt für einen bearischen Retest. Und das ist eben kein gutes Zeichen. Jetzt wird es eben darauf ankommen. Klar, wir sind uns ausgebrochen aus eben diesem Rising Wedge seitlich und auch momentan aus diesem kleinen Symmetrical Triangle. Trotzdem würde ich das Ganze noch nicht zu bearisch einschätzen, weil der Trend liegt immer noch vor. Wir sind immer noch in einem Abtrend. Und das ist eben das Gefährliche jetzt momentan an der Sache. Natürlich hätte man das Golden Pocket hier oben shorten können, dann aber sofort Stop-Loss Entry. Wir sind aber, wie gesagt, in einem Abtrend. Und dafür müssten wir meines Erachtens nach erst dieses Tief hier unten bei den 27.400 US-Dollar, ich zeichne das mal ganz kurz ein, nachhaltig nach unten hin brechen. Erst dann wäre für mich wirklich dieser Abtrend gebrochen. Und dann müssen wir wirklich mit den 25.000 US-Dollar rechnen. Momentan ist es noch möglich, dass wir einfach jetzt hier ein bisschen so ein bisschen die Seitwärtsphase kriegen, die Altcoins ein bisschen besser performen. Übrigens später kommt noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Cardano wird es glaube ich sein. Auf dem Kanal online könnt ihr euch dann später gerne auch noch reinziehen. Und ja, wie gesagt, sollten wir jetzt hier nochmal runterkommen in dem Bereich der 27.450, ist das nicht das wirkliche Problem. Dann könnten wir einfach hier nochmal ein bisschen frische Liquidität tanken. Und dann versuchen nochmal diese 28.800 US-Dollar anzutesten. Ich rechne jetzt nicht mit einem riesigen Abverkauf vor morgen Abend. Morgen, wie gesagt, Fett-Zinsentscheid. Es wird mittlerweile mit sogar 0% Zinserhöhung gerechnet. Ich bin immer noch so ein bisschen pessimistisch und sage, okay, vielleicht kommen die 0,0%, also gar keine Erhöhung. Aber in der Rede danach wird Paul dann sehr wahrscheinlich sagen, ah nee, komm, wir machen dann aber trotzdem zukünftig halten wir an dem Plan fest, die Inflation runterzudrücken. Also da muss man auch ein bisschen morgen darauf achten, was sagt Paul und sowas. Also das ist auch nicht zu bullisch sehen. So, wie können wir jetzt die ganze Sache traden? Ich würde ganz ehrlich erst einmal ein bisschen die Finger davon lassen. Ich warte jetzt erstmal hier auf ein bisschen mehr Price Action. Wir haben gestern kaum Bewegung gesehen. Wir sehen bisher jetzt auch kaum Bewegung bis auf ein bisschen mehr Abverkaufsvolumen. Aber das war es auch. Ich überlege hier aber so in dem Bereich der 27.400, 27.200, je nachdem, wie wir eben hier unten dann reagieren, gegebenenfalls nochmal eine Long-Position zu eröffnen, die uns dann hier auch nochmal in den Bereich der 28.800 oder sogar 30.000 US-Dollar bringen würde. Weil wir haben immer noch, und dafür müssen wir jetzt wieder auf den Daily-Time-Frame gehen, hier oben einerseits unser CME-Gap, wir haben da oben unsere Daily-Supply-Zone und wir haben natürlich da oben auch noch ein bisschen Ineffizienzen, die es auch noch zu füllen gibt. Also da oben ist schon noch eine Menge und das wäre meines Erachtens nach ein bisschen gravierend. Sollten wir uns diesen Bereich nicht vorher noch holen, bevor wir wirklich diesen Abverkauf in Richtung 25.000 oder tiefer kriegen. Weil die 25.000 US-Dollar-Marke ist immer noch so mein übergeordnetes Ziel für einen neuen Switch-Off, dass wir hier wirklich Richtung 32.000 oder sogar 34.000 US-Dollar pumpen können. Um noch ein bisschen Werbung zu machen, wenn ihr Bock habt oder euch noch eine Börse sucht, kommt gerne zu BingX. Link unten in der Videobeschreibung ist meine Partnerbörse, also würdet ihr auch mich damit unterstützen. Bietet euch eine Menge mittlerweile und auch eine Menge Aktien und da habe ich ja auch schon gesagt, wird es zukünftig auch immer mehr Aktien-Content bei mir geben, aber eher auf dem Zweitkanal, dass ich da immer mehr Aktienanalysen wie Apple, Tesla oder sonstiges für euch dann mache. Also kommt gerne zu BingX, Link unten in der Videobeschreibung und guter Switch jetzt dazu gemacht. Ich würde sagen, wir gehen rüber jetzt zu Ethereum nämlich gleich und schauen uns das auch mal ganz kurz an, wie es hier aussieht, Freunde. Aber auch hier sehen wir echt wenig Veränderungen. Klar, Daily Time, wir sind hier oben zweimal in diese Box gekommen, auch gestern noch einmal in den Bereich der 1.840 US-Dollar. War jetzt nicht wirklich mein Wunsch-Szenario oder mein First-Szenario, weil ich hier immer noch ein bisschen davon ausgehe. Also hier sieht man es nochmal charttechnisch. Wir sind hier, ja gut, Sonntag war es 17 Uhr, sind wir nochmal in diese Box eben reingekommen. Bei 1.840 US-Dollar haben so eine kleine Art Doppeltop, befinden uns jetzt aber hier übergeordnet. Da haben wir auch gestern ein bisschen drüber gesprochen, in so einer Art Seitwärtsphase. Also auch hier haben wir nicht wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes momentan vorliegen. Es scheint aber so, als würde diese kleine Seitwärtsbewegung hier jetzt erstmal brechen mit so einer Art Doppeltop. Auch hier haben wir gestern drüber gesprochen, von unserem High zu unserem Low sind wir hier genau ins Golden Pocket reingekommen. Das gleiche Spiel hatten wir jetzt eben heute Nacht bei Bitcoin. Und wenn wir uns jetzt mal hier so ein bisschen die Reaktion ansehen bei Ethereum. Ethereum hat gar nicht mehr so diesen Switch nach oben hinbekommen, sondern wir sind hier weiter abverkauft. Und das spricht weiterhin dafür, okay, Ethereum deutlich, deutlich schwächer, auch bei der Ethereum Bitcoin Dominanz, also so ein bisschen gegenübergestellt, verliert Ethereum momentan deutlich. Und das spricht für mich persönlich Bände, nachdem wir vorher immer so ein bisschen eine Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin hatten. Jetzt momentan Bitcoin deutlich besseres performtes Asset. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt hier so eine Art kleines Doppeltop. Wir können uns mal ganz kurz das Preislevel dazu einzeichnen, was es bedeuten würde, sollten wir hier nach unten hin durchbrechen. So, würde ungefähr hier diesen Bereich von unserem ehemaligen Downtrend bedeuten. Ich würde es jetzt nicht mal für Bearish einstellen, dass wir hier nochmal runterkommen. Wir haben hier noch so eine Box bei 1.607 US-Dollar und das wäre eigentlich so mein Mindestziel, weil wir hier noch ein bisschen minimal eine Ineffizienz liegen haben. Wir haben hier eine größere 4 Stunden Demandzone, die bis ungefähr 1.563 US-Dollar geht. Da möchte ich aber ehrlich gesagt nicht mehr rein. Ich würde mir wirklich hoffen, sollten wir jetzt hier runterbrechen, dass Bitcoin entweder jetzt sofort Richtung 25 KG, das würde bei Ethereum hier die 1.600 US-Dollar mindestens bedeuten, wenn ich sogar hier die Unterkante dieser ehemaligen Range hier drüben. Und dann aber müssen wir mit Daily Close auf jeden Fall hier drin schließen, um dann noch Chancen zu haben, zumindest in dem Bereich der 1.870, 1.880 US-Dollar vorzustoßen. Also ihr seht, es ist momentan nicht wirklich tradbar, meines Erachtens nach, deswegen halte ich mich auch ein bisschen zurück mit Setups. Letzte Woche DAX-Trade ist sehr, sehr gut gelaufen, auch die Gold-Trades, bis auf der eine war ein bisschen verkackt, der Short-Trade. Aber gut, was wir mal machen, aber ich will mich momentan ganz ehrlich noch nicht zu weit aus dem Fenster legen, dass wir hier noch irgendwelche Trade-Setters im Laufe des heutigen Tages reinkriegen. Ich traue dem Markt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Und was auch noch dazu kommt, was so auf Twitter, wo haben wir es, wo haben wir es, hier habe ich es rausgesucht. If the situation worse is, the US is looking into ways to guarantee all bank deposits. Und man sieht hier, irgendjemand hat es da drunter gepostet, heißt so viel wie Gelddrucken erlaubt. Man will hier wirklich die Einlagen aller Bankkunden sichern und das kannst du nur durch Geld drucken, weil das Geld existiert ja nicht anders. Es ist einfach Girai-Geld, es ist Buchgeld, es gibt es nicht, dieses Geld. Also muss man es drucken wiederum. Und das ist eben so momentan ein bisschen die Zwickmühle. Klar, du hast einerseits das Rising Reg, du hast einerseits das Symmetrical Triangle und natürlich bei Ethereum das Doppeltop, was eigentlich für sinkende Kurse spricht. Dann hast du aber morgen noch den fett Zinsentscheid, der natürlich auch reinknallen könnte. Und du hast diese ganze Gesamtsituation mit Banken, mit Gelddrucken etc. pp., was da auch noch dazu kommt. Deswegen bin ich momentan, solange der Trend noch nicht wirklich gebrochen ist, auch wenn er jetzt in einem 1-Stunden-Time-Film so langsam das Switchen anfängt, ist das für mich noch einfach zu wenig, um hier wirklich einen Short-Hebel reinzusetzen. Klarere Region wäre einfach die 28.800 US-Dollar, meines Erachtens nach. Deswegen warten wir einfach noch ein bisschen ab, wie es hier weitergeht und überstürzen nichts. Wir kommen noch ganz kurz zu den News. Bitcoin-Wette in 90 Tagen auf eine Million Dollar. Ihr habt das wahrscheinlich alle gelesen. Ich wurde auch schon persönlich gefragt, was ich davon halte. Ich halte es ganz ehrlich für einen Schmarrn in 90 Tagen. Das ist schon wieder für mich eher so ein kleines Top-Signal, wo dann wieder die ganzen bullischen News rauskommen oder Sonstiges. Ja, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne unten mal in die Kommentare rein. Natürlich auch eure Altenwünsche, aber ich bin, ich weiß nicht. Es ist eher schon wieder für mich, wenn wir jetzt in einem Bullrun wären, also in einem richtigen Bullrun, neues All-Time-High, würde ich sagen, okay, ich verkaufe jetzt meine BTC und warte einfach wieder ein paar Monate, weil das ist für mich irgendwie so ein bisschen Top-Signal momentan. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns später zu einem Altcoin-Update-Video wieder. Und ja, Altcoin-Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare rein. Like da lassen, Abo da lassen und natürlich in die Telegram-Talk und Signal-Gruppe joinen, Freunde. Das war es von mir. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, warte, habe ich noch irgendwas vergessen? Ne, nicht vergessen. Gut, dann. Hören wir uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.